jo leute ich würde euch zu einer weiteren folge minecraft für die biste direwolf 20 1.10.2 nicht zu vergessen ja in der letzten folge habe ich den dimensional transfer gebaut und ein jetpack und heute werde ich meine rüstung ein bisschen besser machen und ich habe auch ein paar enderperlen gefahren habe mir aber nicht angeschaut wie der der menschen transfer geht denn ich habe jetzt eine stunde oder so gefahren und wollte gleich aufnehmen damit ich das hinter mir habe denn ich würde jetzt gerne ein paar wieder klatschen ihr denkt euch wieder hast du denn schon wieder köpfe na klar habe ich schon 33 alle schon froh gesorgt meine leute ja das jetpack müsste ich noch mal aufladen und enderperls nehme ich mir mal 16 stück da habe ich noch fünf das dürfte reichen und und hierfür vier doch das reicht aus denn ich würde gerne dark steel helm plate nicht aber leggings und boots machen denn die kann man nämlich dann mit einem viren crystal empowern und dann werden die mit strom bepowert schuhe habe ich schon das ist das gute ich habe mir auch schon ein bisschen dark steel gemacht das heißt ich brauche noch einen helm und eine brustplatte habe ich ja so gesehen und so was jetpack so hat sich die maus habe ich denn jetzt bei brand ja das heißt ich mache mir mal 18 stück 12 ok das reicht nicht aus wie ich sehe da kommt eben noch ein dritter dazu und jetzt brauche ich ein 1 2 3 1 1 da haben wir den auch und schon mal hin und dann 4 level und dann geht er mit energie zack und zack und zack so die kann ich jetzt alle hier oben in meiner schönen power bench aufladen kann ich nicht wieso kann ich das nicht schon skelett aber hier kann ich die aufladen kann ich dann schließe ich die da einfach mal an damit ich da sozusagen die ganzen sachen aufladen kann basic capacitator basic 1 2 3 und 6 level anscheinend 1 dann habe ich 150 energy double layer capacitator und wieder acht level so viel level habe ich jetzt auch nicht aber ich habe genug energie dann kann man ja schon mal mein schwert hat genug das hat text bietet sich da wie viel das hat fünf herzen macht das schaden also ich brauche auf jeden fall die das glätten skis 1 2 3 ist was ich nehme jetzt einfach erstmal alle mit bisschen zu send und schau dann mal oder schau mal wie hab er mich ärgert und wenn er mich nicht so hart ärgert dann werde ich vielleicht noch eins bohren und dann noch aber wenn er mich richtig hart ärgert dann bin ich zu doof um mehr wie sind würde er etwa deaktiviert quatsch nicht wieder hier schauen wie ging der nicht mehr so muss man den jetzt eins höher machen hä ok wieso hat er es gerade rum rumgebackt wenn ich mal fragen darf ich hoffe mal das macht genug schaden ja er muss noch ein bisschen weiter runter kommen der typ kann ja maschinen sound bisschen junge steigt er in die lüfte wo der killt mich ja fast das problem ist der steigt denn einfach ab normal hoch jetzt kommt er nicht mehr runter in der regeneriert dieser arsch ja ich habe auch schon ich bin auch nicht so schnell erst schneller als ich im hoch fliegen jetzt habe ich aber jetzt gehört er mir ja was habe ich alles bekommen hier ist ein hinterstamm nice ich habe ein uhr scheider grabbing das und niederstern wieso muss es genau jetzt nach dann würde der nicht so hoch steigen ok schön und gut aber er steigt hoch und das ist ätzend ab normal ätzend ab normal ätzend kreativ噃� so niederstern da würde ich sagen machen wir mal weiter ne und schaue mal wie es jetzt aussieht ein bisschen Bisschen Dirt, es stört uns Och, ich wollte schon sagen Der kann doch nicht einfach weg sein Hätte ich die volle Rüstung dann Wäre es glaube ich kein so großes Problem Dann sind wir wieder schneller als ich Dieser Arsch Und so kriegt er mich im Easy Junge, wie hoch willst du noch steigen, mein Guder, hm? Jetzt hab ich ihn Yeah Nice Noch ein nütter Stern Alter, ja Ich muss den echt richtig low schlagen am Anfang Damit ich ihm dann Die Stirn bieten kann Da bleibe ich mal ein bisschen in der Nähe, ne? Das war jetzt schon der Ist jetzt der Dritte? Seht ihn euch an, ja Er haut schon wieder ab Dieser Dieser Arsch Junge, wie hoch willst du noch fliegen? Das Problem ist hier oben verschwindet er auch mal Jetzt ist er nämlich Boah, ey, alter Was ist denn mit den Riddern los? Die sind ja nicht aggressiv Die sind einfach nur schlau Komm runter, Junge Die sind richtig schlau geworden Wieso kann man auf 250 nix mehr sehen, ja? Diese Minecraft-Logik Jetzt hab ich ihn aber Jetzt hab ich ihn in meiner Gewalt Hier ist der nütter Stern Hier ist der nütter Stern Hier ist der nütter Stern Ein bisschen Eisen mitnehmen, ne? Wir haben ja nicht mehr so viel Oh, da war sogar Lava Drei nütter Sterne Der kotzt mich ab, der Wither, ja? Dass der einfach so hochsteigen kann Vielleicht spawne ich noch einfach mal in einer Höhle, hm? Wie sieht's damit aus? Da kann er vielleicht nicht so schnell weg Let's try it out Ich hab kein Essen mehr Nein Jetzt muss ich mich aber beeilen Denn hier bin ich leichtes Futter Ich bin gleich tot Und ich bin tot Das war so klar, dass ich jetzt sterbe Weil ich einfach kein Essen hatte Aber wieso hatte ich kein Essen? Hey, wieso hab ich kein Essen mehr? Ich hatte doch mal Das Da ist Da ist noch was So, wie soll ich jetzt da hingehen? Der hat wahrscheinlich alles zerstört, würde ich mal sagen Ich hab Ich hab nicht mal ein Schwert Einfach so da Ein ganz einfaches Schwert Okay, ich bin echt dumm Bin der regeneriert? Nein Alter, wie schnell der regeneriert? Übertreib Wurde du übertreibst, ja? Du übertreibst, treibst, treibst, du übertreibst Ich bin gerade mal das bisschen gerannt, ja? Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht So würde es gehen Ja, dann kommt da noch ein Zombie Genau Zombie Eine Zombie-Apokalypse Und ein Widow Und das mit dem neuen Schwert Finde ich echt beschissen Also Die neue Schwert-Technik Die Minecraft sich da ausgedacht hat Mit dem Schlagen Anhalten Anhalten Schlagen Anhalten Schlagen Schlagen Anhalten Wieso denn nicht einfach durchschlagen? Ja ich frage mich jetzt ernsthaft wie man in normalen minecraft jetzt den wither töten will das geht ja am ende dann das geht ja dann wirklich nur mit voll aufgelevelten sachen die richtig op sind wo man jahre dafür braucht um die dann mal fertig zu haben also würde ich mir jetzt denken weil anders kann ich mir das nicht vorstellen oder was sagt ihr dazu naja vier wieder sollen erst mal ausreichen wofür ich die nähte sternen brauche werdet ihr im späteren verlauf noch sehen ich habe euch die folge gefallen auch wenn es jetzt nur wieder töten war das war jetzt nicht so besonders bin fast ich bin einmal gestorben und jane wie gesagt ich habe euch an die folge fallen ja wenn ja das meine positive bewertung da und ich freue mich schon auf die nächste folge mit euch und dann sage ich einfach mal bis dahin ciao leute jetzt so ich dann ich habe